Servus, ich bin der Jo, 23 Jahre alt und studiere seit letztem Jahr Oktober in München und kenne inzwischen die alltäglichen Probleme eines Studenten. Vor allem beim Thema Kochen haben die meisten jungen Leute ihre Probleme und das fängt ja schon beim Einkaufen an. Was soll ich mir kaufen? Geschweige denn später Kochen. Jeder kennt es, mich eingeschlossen. Da ich eine kurze Karriere als Koch hinter mir habe, kommen oft Freunde zu mir und fragen nach Tipps fürs Kochen. Was kann ich mir machen? Was kann ich besser machen? Bei mir wird es nichts. Wie macht man das überhaupt? Seit kurzer Zeit achte ich immer mehr auf meine Ernährung und möchte euch zeigen, wie man mit nicht allzu hohen Kosten frisch, einfach und gesund kochen kann. Mein Kanal soll es euch einfacher machen durch die Studentenzeit zu kommen und euch vielleicht sogar motivieren sich selber mal an den Herd zu stellen. Wenn man das Prinzip von Kochen einmal verstanden hat, wird es wie ein Kinderspiel sich und andere zu bekochen und es kann sogar Spaß machen, versprochen. Kochen selber besteht aus einer Grundbasis, die man sich easy aneignen kann. Und alles was über den Tellerrand geht, sind Spielereien. Natürlich möchte ich euch einen gesunden Mix aus einfachen, schnellen, gesunden und leckeren sowie hochwertigen, kreativen und anspruchsvollen Gerichten zeigen und beibringen. Was mich selber wieder vor eine große Herausforderung stellt, welche ich aber dankend annehmen werde, denn so bleibe ich beim Kochen und kann meiner größten Leidenschaft freien Lauf lassen. Ich freue mich mega, euch kochen näher zu bringen und vielleicht habe ich noch den ein oder anderen Trick in der Tasche, der euch weiterhelfen kann. Aber jetzt genug von mir, bis zum nächsten Video. Einen guten!